So, musst du eigentlich gleich weg sein, der Scheiß-Turm. ZZ-0. Och so. So, dann wäre da auch gleich die Ebener. Hallo, du musst das schon mal markieren. Zack. ZZ-0. Zack. Mach mal nochmal eiskalt so. ZZ-0. So. Dann noch das. ZZ-0. Und wir haben jetzt einen Einführungskurs für World Trade gemacht. Fertig. So. Oh, wir sind hier schon mal fast bei... Alter, wie lange wir schon am Aufnehmen sind. Das war lange noch nie aufgenommen. Unglaublich. So war sauber abgeschnitten. Sauber weggeschnitten. Pass gut, dass ich nicht die Tür weggeschnitte hätte. Wäre bestimmt wieder sauber geworden. Oh, ich habe ein bisschen was weggeschnitten. Das bestimmt war, dass ich auch nicht. Time-Set-20. Hallo. Ja, geht doch. Jetzt ist es so. Ja, ein paar Häuser sind auf jeden Fall schon mal hier. Oh Gott. Zwei-stündige Aufnahme. Am Laufen. Am Laufen. Echt krank. Ähm. Ja. Er baut hier... Ach, er baut da noch ein zweites Haus. Hm. Da kommt man in meine Wohnung. Okay. Ich denke mal, das mache ich dann am besten so. So, 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 so und so. Na. Komm schon. Na los. So, und dann werde ich hier... Da gehe ich mal diese Eisentüren hinmachen. Einfach mal ganz eiskalt. Los, komplazier dich. Zack, zack. Und komm hier zwei Eisentüren. Und die kann ich nur drinnen aufmachen. Da werde ich gleich mal den Rabenklau aufragen, weil mir da auch eine komplizierte Redstone-Schaltung machen kann. Oder den anderen. Der hat ja auch so viel Ahnung davon. Da muss ich mal ganz kurz meine Vortex rauskramen. Wo ist die denn, Vortex? Zack, zack. ZZ43. So. Wer von den Redstone-Experten kann mir rasch mal helfen? So, ich muss mal ganz kurz wieder nehmen, aber schauen hier. Ich werde immer nervös bei zwei Stunden. Um die... Kurz mal meine E-Mail checken. Herzlich willkommen zu der 120. Oh, 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 oh. Das muss ich nicht erhören jetzt hier. Ups, sorry. Cooler Name. Ich brauche, äh, nichts wissen. Ich möchte eine Ausführung. Eine Ausführung. So. Ach, da baut der eine jetzt auch schon seine Hütte. Was macht der denn da? Ich habe zwei Eisentüren und möchte einen Schalter haben, der innen ca. 20 Sekunden aufmacht und außen 20 Sekunden aufmacht. Und von außen nur geht, wenn man von innen betätigt hat. Ich hoffe, das geht auch. Ich denke mal, das wird schwer für die, aber das gehen die bestimmt hin. Die sind ja voll die Freaks. Was Redstone angeht. Alter, dieses ganze... Was geht denn da unten ab? Seit wann ist da auch eine Tür? Huh. Genau. Baut er sich eine Tür. In der Burgmauer. Heftig. Ja. Habe ich oben schon gebaut. Schon vor... Ist was für Profis. So. Ich porte denjenigen, der braucht. Der will. Du heilige Scheiße. Ich porte denjenigen, also der will. Wer will denn von euch? Ja. Aber am besten... Nicht sichtbar. Ja. Hippi. Rabenklau. 91. Wird schon 13. Jetzt ist Tadjudakan. Hat er weitergebaut oder hat er aufgehört zu bauen? Ich glaube, der hat keine Lust mehr weiterzubauen oder was? Wir lassen das Haus einfach mal da stehen. Wo rennt der hin? Huh? Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Ich fliege ihn jetzt einfach mal hinterher in seine Hütte. Der hat die über die Falsch rum eingebaut, die Türen oder so. Wo ist denn der hingerannt? Ach da. Huh? 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 Okay. Wie sieht's mit dir aus? Mit dir aus? Minecraft. Oh, da kommt noch einer. Hallo? Huh? Huh? Machst du mir diese Schaltung? Ja. Hi. Hah? Huh? 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 Okay. Jetzt bin ich die ganze Zeit ruhig, weil ich die ganze Zeit am Schreiben bin und Lachen bin und so. Ja, ich werde auch bald aufhören. Also spätestens, wenn es zweieinhalb Stunden sind, also bei zweieinhalb Stunden, ich schreibe das mal für die Leute, und bei zweieinhalb Stunden werde ich aufhören. Mit Aufnahme ist mir dann auch zu viel. Ich glaube, ich weiß schon, was ich morgen den ganzen Tag machen werde. Äh, Rendern, glaube ich. Ach du Scheiße, ey. P-Vision 13, so. Von innen und, also von innen soll es nur gehen, also von außen, also nicht von außen, von außen soll es nur gehen, betätigt wurde. Ich bin gespannt, wie er das macht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier rein verpickeln. So. Also sind doch schon eine Menge Leute da, muss ich echt sagen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich gehe mal lieber da schauen, weil ich mich schon wieder verstehe. 6, also 5 Leute sind echt schon wirklich da, 5 Leute. Heftig. Oder ich hätte sich 40 Platz bestellt, benötigt. Aber ich denke mal... Hä? Ich habe gar keine Treppe mehr nach oben, doch hier. Achso, ich habe gerade wieder... Wenn ich ihn innen den Schalter umlege, kann man von außen den Knopf drücken. Wenn ich ihn nicht umlege, kann man von außen nicht rein. Ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert werden, aber... Ich hoffe, das geht mir hin. Das ist wirklich ein Redstone. Der Rabenklau ist einfach ein fauler Sack. Der Rabenklau ist einfach ein fauler Sack. Ich glaube, ich habe vielleicht ein Bauhaus bei dem, einfach mal eiskalt so. Merkt ihr das überhaupt? Nur ausführen ist er zu faul. Ich bin gespannt, wie er das macht. Ich bin gerade echt gespannt, was das wird. Also, das ist wirklich eine coole Idee, die ich mir da gerade ausgedacht habe. Also, ich glaube, das gibt es schon öfter. Ja, genau. Hallo. Äh, hallo. Hui. Ja, Sticky Pistons braucht er auch noch. Ah, muss ich kurz mal suchen. Die eine ist jetzt... Die eine Germanic Spray ist wieder gegangen, scheinbar. Weiß ich nicht, wieso. Vielleicht kommt es ja nochmal wieder. War ich schon fertig mit dem Hausbau? Nee, nee. Ist noch nicht fertig. Wir müssen mal ganz kurz darunter gehen. Und diesen nervigen, guten Mann hier mal, der immer alles will von uns. Da steht auch sein Name dran. Rabenklaue. Wenn ich mal mein Schild jetzt einfach mal hier Gamer Refus reinschreiben. Gamer Refus. So. Ich freue mich nicht auf morgen, ey. Gamer Refus. Ähm. Ja. Okay, Vision 13. Damit die Leute Bescheid wissen. Die meisten wissen es aber eigentlich, weil sie in meine SPS schauen. Hätten es nicht geschaut, werden sie doch nicht auf dem Server auf. Ich glaube, wer die Datei Judakan ist. Komischer Name und spricht nicht. Schüchtern vermutlich. Und da hätten dieses Seismic TM. Da hätten dieses My Khaled My Viga KT so. Der sollte sich geerdt führen. Oh. Ist es jetzt schlimm, wenn ich das hier zumache. Ich mache das einfach mal so. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Wenn ich da mal reinportle, ob mir das dann nicht ein bisschen wehtun wird. Hier oben brauche ich sowieso kaum Licht. So. Machen wir es so. Wollt schon wieder dunkel. Zack, zack. Timeset. 20. So. Achso, ich wollte mir mein Ding noch was reinbauen hier. Und ich wollte natürlich eine Verbindung zu seiner Porno-Bude haben. So. Nochmal bis hier. ZZ43. Bam. Habe ich jetzt auch was kaputt gemacht? Nee, ne? Okay. Alles so wie Feuer. kind of